1 bis 10 Papa, sag mal eine Skala von 1 bis 10. Hä? Skala von 1 bis 10. Was ist das? Eine Zahl. Eine Nummer? Ja. Von wem? Skala, eine Zahl musst du sagen. Eine Nummer musst du sagen, oder was? Haru? Was? Was ist das? Ich rede mit dir. Seine Herren? Du werf mir. Ja, was denn? Hast keinen Respekt. Du werf mir. Eine Basketball? Bin ich eine Basketball? Michael Job. Du werf mir. Gib mir nur einmal. Gib mir nur einmal. Gib mir nur einmal. Gib mir deine rechte Hand. Gib mir die linke Hand, wo du mal kackst mit der Po sauberlenk. Und du... Ich mach mir nur einmal. Eine Basketball. Mach mir so. Was ist das? Ein Brief für Mangel. Brief für wen? Für Mangel. Warum sieht das so aus, als du es schon aufgemacht hast? Der hat es aufgemacht. Dieser ist auf. Ja, ich wollte kurz... Du guck jemandem einen Brief. Nein, das ist nicht dein Brief. Nein, nein. Du meckerst mir einmal. Ich mach deinen Brief auf. Ja. Jetzt mach jemandem einen Brief auf. Nerv mich nicht. Achso, deswegen darfst du öffnen. Was sagt dir mir? Was sagt dir? Was sagt dir? Geh vor der Seite. Im Fernsehen. Ich kann keiner sehen. Ah. Was sagt der Brief? Kann ich schneller? Vor der Lesung? Warte doch. Warte doch. Warte doch. Warte doch. Du hast drastend schon gelesen. Du liest normalen. 15,000 Jahre. Dann werden wir schon tot. Was sagt der? Immanuel wurde erwischt beim Schwarzfahren. Was? Er wurde erwischt ohne Fahrkarte. Wo Fahrkarte? Er hatte keine Fahrkarte. Immanuel hat Fahrkarte. Ja. Er hat keine. Er hat keine. Er hat keine. Immanuel. Was sagt diese? Er muss 60 Euro. Von wem? Du kannst keinen Brief lesen. Doch. Wo? Hier steht das doch. Immanuel. Wo ist der? Komm. Was ist das? Was? Was ist das? Diese. Der sagt mir Fahrkarte. Du hast keinen Fahrkarte. Hast du Fahrkarte oder hast keinen Fahrkarte? Hast du Fahrkarte oder hast keinen Fahrkarte? Der sagt 60 Euro. Immanuel. Du hast keinen Fahrkarte. Von der 60 Euro. Wo? Ries. Was sagt der Brief? Ich bin schwarz gefahren. Was ist das? Ich habe keinen Fahrkarte. Wo ist der? Ich habe dir Geld gekauft für Fahrkarte gekauft. Ich habe damit ein Bier gekauft. Wo? Für was? Ich habe dir gesagt, du solltest diesen Brief abfahren. Was? Du hast direkt gesagt für den Brief? Ich mag einen Plan. Ich mag einen Plan. Ich mag einen Plan. Was ist die Plan? Kriminal bei mir zu Hause. Willst du ich mit Polizei sagen, meine Kinder sind Kriminal, mag der Verhaftung? Ich habe nichts damit zu tun. Wo? Jetzt? Wer soll zahlen der 60 Euro? Ich habe kein Geld. Du musst zahlen. Ich habe kein Geld. Du hast ja mal gar nichts. Du hast ja mal gar nichts. Was hast du mit dem Geld gemacht? Wo? Vf. Ich habe dir das Geld gegeben. Der Geld. Wo ist der? Was hast du? Wo ist der Geld? Ich habe damit ein Spiel gekauft. Eine Spielin? Ja. Spielin für was? FIFA. Bist du in der Kindergarten? Du kochst spielen? Nein, ich spiele für 30 Euro. Wo ist das Spiel? Sag. Wo? Wo ist das Spiel? Wo ist das Spiel? Zeig mir nicht. Mach das Spiel. Diese. Diese Scheiße. Diese Scheiße. Du schlag deinen Vater. Papa, das warst du. Du schlag deinen Vater. Warte. Du schlag. Ey, ey, ey. Papa. 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 Papa.